ich krieg jetzt 100 pro noch richtig krassen besuch und ich entdeckt das komme ich nicht von hier bin ich mir gerade nicht so sicher wo muss ich denn überhaupt hin wo muss ich verdammt noch mal hin ach scheiße habe ich gerade noch gefragt ob sie mich sehen können wenn ich im hellen naja dann ist ja wenigstens alles ruhig wenn ich ja 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 jetzt muss ich nur alle überleben wie viel hätte er aus ja und ich habe euch unter beschossen meine liebe freude wie ihr keine chance hat wer stimmt doch mal junge schießt hier mal im echten leben dreimal den kopf so war das alle jetzt nicht sicher ja du brauchst keine Angst vor mir zu haben ich kill nur Leute die mich auch killen wollen wo zum beispiel den alter bin ich so schlecht oder ja ja okay speicherpunkt was waren das für krasse gepanzerte typen habt ihr das gesehen war war der hier ist einer von denen tsch die einfach ultra die krassen geschütze aufgefahren um mich zu killen na gut aber jetzt können wir wenigstens ungestört hier rumlaufen und ich glaube hier müssen wir lang neue filter und ach du scheiße noch eine große halle mit das war das risiko hier 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 ich habe geschossen wo was geht denn jetzt ab ich habe nichts gemacht und dann auf einmal muss ich hier kämpfen oder was ich will die gasmaske aufziehen gasmaske wieso kann ich meine gasmaske nicht meine fresse ich drücke tausend mal gehen und es passiert einfach nichts alter da wird doch wohl nach einem headshot krasser scheiß mal wenigstens wenn die hier immer sterben habe ich immer direkt fass dort fack 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 erstmal ausgeht scheiße der einzige durchgang und es brennt was für eine kacke warum fangen die alle an zu brennen? Kommen die irgendwie so Brandsätze dabei oder was? es ist ja nicht wirklich clever gegen mich zu kämpfen, wenn die alle anfangen zu brennen naja dann ist mein Karma auf jeden Fall nicht so gut, wenn ich eben alles niedermetze, was mir in welchem Weg läuft aber wir sind noch irgendwo da oben kannst du noch was schönes? ne meine Fresse geht's nicht weiter so, ihr dürft wieder lesen und vorbei wo muss ich verflucht noch mal hin? bin ich bläht oder was? naja, gucken wir einfach mal also hier war auf jeden Fall eine Sackgasse hier geht's nicht durch hier geht's auch hoch aber hier war ich ja gerade na super da muss es auch irgendwo einen Ausgang geben vielleicht muss ich einfach nur hier unten durch glaube ich jetzt aber irgendwie nicht so wirklich kann ich hier was aufmachen? nein ne 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 die Sniper nehm ich nicht Wo zum Teufel muss ich hin? Ich fühle mich jetzt gerade so ein bisschen dämlich, um ehrlich zu sein. Hier unten ist doch auch nichts, oder? Ach, ist doch scheiße. Bin ich zu blöd für dieses Spiel, oder was? Hier kann ich nicht hin. Ne, es ist scheiße, dann sehe ich hier noch weniger. Hier komme ich her. Zurück kann ich nicht. Da unten geht es nicht weiter. Da rechts geht es nicht weiter. Da oben ist dieser Weg, wo man langlaufen kann. Wo man auch nicht weiterkommt. Da unten ist nichts. Hier ist irgendwas. Nein, da ist auch nichts. Hier kann man durch, aber hier gibt es nichts. Was soll denn die Scheiße? Also vielleicht seht ihr ja, wo ich hin muss und schlagt euch schon die Hände vor den Kopf, weil ich hier dumm im Kreis laufe und keine Ahnung habe, was ich machen muss. Das geht mir gerade echt auf den Sack. Ey, ich will ja hoch. Naja, anscheinend bin ich einfach nur zu dämlich, um hier den Weg zu finden. Aber hier ist doch nirgends ein Ausgang, oder bin ich blind? Und hier unten wird er ja wohl nicht sein, oder? Das wäre ja zu einfach. Oh, scheiße. Oder muss ich hier zuerst irgendwas finden, damit die Tür da hinten aufgeht, oder so? Also wenn ja, ist das hier ziemlich verbuggt. Nein, nein, nein. Hier kann ich nichts machen. Hier auch nicht. Oh, scheiße. Das ist doch scheiße, ist das. Der einzige Ausgang ist da hinten und da ist die Tür zu. Ja, und jetzt? Das ist doch super scheiße. Kann ich hier irgendwas drücken?